Hier präsentieren wir die 5 besten Baby Trageter Test. Lass uns anfangen. For more information. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Fastik Hits registriertes Warenzeichen Trageter Elastisches Baby Trageter. Möchten Sie, dass sich Ihr Baby Ihnen nahe fühlt? Dann sind Sie bei unserem neuen Fastik Hits Baby Sling genau richtig. Das Fastik Hits Baby Sling ist perfekt für Früh- und Neugeborene. Es lässt sich leicht um den Körper Ihres Babys wickeln und gibt ihm das Gefühl, Ihnen nahe zu sein. Außerdem gibt er Ihnen die Gewissheit, dass Ihr Kind bequem und sicher liegt. Wir wissen, wie hektisch das Leben sein kann, deshalb lässt sich unser Baby Trageter vielleicht anpassen. Außerdem ist der Stoff aus ein 100% Baumwolle schmutzabweisend und maschinenwaschbar. Holen Sie sich ein sicheres Trageter für Ihr Neugeborenes oder Frühchen mit dem Fastik Hits Baby Sling. Nummer 4. Phyragit Baby Trageter Kindertrageter Sind Sie auf der Suche nach dem perfekten Baby Trageter? Dann sollten Sie sich unbedingt unser Phyragit Baby Trageter ansehen. Unser Baby Trageter besteht aus einem weichen Stoff, der die Durchblutung Ihres Babys fördert. Dies fördert die gesunde Entwicklung der Wirbelsäule und der Hüften Ihres Babys. Außerdem ist er perfekt auf den Komfort Ihres Babys abgestimmt, sodass er sich perfekt für das Tragen im Haus eignet. Wir wissen, dass nicht alle Eltern gleich sind, deshalb bieten wir eine Vielzahl von Tragetüchern an. Wählen Sie zwischen einem Trageter, einem Trageter oder einer Tragehilfe, um Ihrem Baby den nötigen Halt zu geben. Geben Sie Ihrem Baby die Unterstützung und den Komfort, den es braucht, mit unserem Phyragit Baby Trageter. For more information. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Trageter Baby Neugeboren Alles in 1 Sind Sie auf der Suche nach einer Baby Trage, die einfach zu benutzen ist? Dann schauen Sie sich unser All-in-One Baby Trageter an. Unsere Baby Trage ist perfekt für frischgebackene Mütter, die Ihr Baby tragen. Sie ist aus strapazierfähigem und dennoch dehnbarem Material gefertigt, sodass Sie sie bequem tragen können. Außerdem schmiegt sie sich an Ihren Körper an, sodass sich auch Ihr Baby wohl fühlt. Wir wissen, dass jeder Mensch anders ist, deshalb haben wir unsere Baby Trage in verschiedenen Größen hergestellt. Diese Baby Trage passt jedem in Ihrer Familie, egal wie groß oder klein sie ist. Holen Sie sich Ihre Baby Trage noch heute. Unsere All-in-One Baby Trage ist die perfekte Lösung, wenn Sie eine Baby Trage, ein Trageter, eine Baby Trage für Kleinkinder, eine Baby Trage, eine Baby Trage mit Freisprechenrichtung oder eine Baby Trage benötigen. Nummer 2 Koala Baby Care Trageter Baby Neugeborene Hält Ihr Kleines Sie auf Trab Mit dem Koala Baby Care registriertes Warenzeichen Baby Trageter Newborn Baby Carrier Multi-Use Baby Sling haben Sie Ihr Kleines auch unterwegs immer bei sich. Der Koala Baby Care registriertes Warenzeichen Baby Sling Newborn Baby Carrier Multi-Use Baby Sling besteht aus 100% Baumwolle, ist also weich und atmungsaktiv. Außerdem ist er ergonomisch geformt, um den Rücken Ihres Babys zu stützen. Wir wissen, dass jedes Baby anders ist. Deshalb haben wir unsere Baby Trage so konzipiert, dass sich Ihr Kleines darin wohl fühlt. Der Baby Sling verfügt über einen verstellbaren Kreuzgarten, mit dem Sie die Passform ganz einfach anpassen können. Mit dem Koala Baby Care registriertes Warenzeichen Baby Sling Newborn Baby Carrier Multi-Use Baby Sling können Sie Ihr Kind überall hin mitnehmen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Manduka Sling Elastisches Baby Trageter Suchen Sie ein weiches Baby Trageter. Dann suchen Sie nicht weiter als unser neues Manduka Sling. Unser Manduka Trageter ist perfekt für neue und werdende Eltern. Dieses Baby Trageter ist für Neugeborene und Kleinkinder gleichermaßen geeignet. Der BE-elastische Jersey-Strickstoff passt sich Ihnen und Ihrem Baby wie eine zweite Haut an, ist hautfreundlich und atmungsaktiv. Mit einer Tuchbritte von 60 cm und 600 g leichtem Stoff ist dieses Baby Trageter für alle Eltern geeignet. Wir wissen, dass jedes Elternteil andere Wünsche und Bedürfnisse hat, deshalb passen wir unsere Tragetischer individuell an. Unser Manduka Tragetuch ist in verschiedenen Farben und Designs erhältlich, sodass Sie das für Sie perfekte Baby Trageter finden können. Außerdem ist der Stoff GOATS zertifiziert, das heißt er wird verantwortungsvoll und nachhaltig hergestellt. Geben Sie Ihrem Baby das Beste, indem Sie es in Manduka tragen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.